Musik 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 Jetzt haben wir mal ein bisschen Krimskrams zusammen Musik Haben wir noch was schönes hier Und dass ich noch nicht alles in meinem Waden verwertet habe Das können wir allerdings verwerten Musik 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 Oh die Leute haben einen Anspruch Musik Ein Kinderbett würde ich gerade sagen Musik Musik prue Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Sollte erst mal so an sich reichen? Stühle, Behälter, Regale, Tische Sofa? Da haben wir sie doch Ja, hier ist nicht so viel Platz zum Stellen, ne? Stell ich gerade mal so fest Sind die Kommoden, die ich eingesammelt habe? Einfach nicht da Da, Tische Sof, da ist nicht so viel Platz zum Stellen, ne? Vielen Dank. Das passt natürlich nicht, da passt es rauf. Standfeuer auf dem Ding. Passt jetzt nicht mehr. Super. Sollte eigentlich funktionieren. Tut es aber nicht. Aus mir unerfindlichen Gründen. Ich weiß ganz genau, was ich in der Couch aufgehoben habe. Die Couch. Schöner, räudiger Couch. Nervt auch kaum, ne? Soll das so sein? Nur, das ist nur hier? Das sagt ein bisschen das Ding, wa? Kommt nicht so ganz klar, da wo es dran hängt. Ah. Besser. So, dann haben wir... So, ich frage mich jetzt, warum? Ich kann auch nur ein Kabel anbinden. Ich frage mich, warum der Fernseher nicht geht. Geht der Fernseher nicht? Wir werden das nie erfahren, weil ich nichts bauen kann. Schön die Hütte einlagern. Das wäre ein Traum. Mitten im Bauen. Ich weiß nicht, warum das Licht nicht geht. Ich weiß nicht. Ich bin neu. Hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar. Das kannst du mir gleich alles mal geben. Dafür kriegst du ein bisschen Munition. Wir hatten nur Gurtzeug. Sieht aus wie ein Gladiator. Das kannst du mir gleich alles mal geben. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Schon besser. Die zweite verstehe ich nicht. Scheiß Lampen, die funktionieren. Gut, dann können wir den Sternfrittier auch erstmal ausschalten. Muss ich mich nochmal erkundigen, warum das nicht funktioniert. Mal noch ein bisschen anderes, was wir noch verbasteln können. Sicherheit zum Beispiel. Was für einen Freak brauche ich dafür? Noch Rang 1. Ach, kann ich ja sogar. Gar kein Schloss davor. So. Da ich hier diese stylischen Ecken gelassen habe. Das kostet die Welt. Das ist noch ziemlich viel offene Fläche. 2 kann ich noch bauen. Das kostet die Welt. 1? Ich habe noch keine Schloss davor gehabt. Also, mit dem Dol & Gork Lampen. das ist ein freies schussfeld schaffen im fall der fälle da steht ein geschütz da steht ein geschütz hier steht ein geschütz wenn sie von der jubb kommen so ich bin immer froh wenn ich sehe wie die sonne wieder aufgeht mit lackierung die stärke wenn alle teile diese lackierung haben hört das charisme wenn alle die lackierung haben dann machen wir das mal schön die lackierung hier rein ist jetzt nicht so viel anders geworden außer dass hier vorne auf dem tor so ein teil ist ich habe das zeug dane ich brauche einfach nur den rüst meister so werkstatt hier wollte ich ran ich verlängerte lauf ist ja schon dran flex punkt und kreis preston hat das gefallen kurs hat das geliebt was kurs standardgriff k k k kurs 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 k k k k Sieht gar nicht mal so ungeil aus Da hab ich natürlich verpasst, eigentlich wollte ich doch den hier